Wolfsbarsch Grillenrezept Willkommen bei unserem Tutorial, wo wir lernen, wie man Wolfsbarsch grillt. Fangen wir an! Wir brauchen frischen Wolfsbarsch, Olivenöl, Zitronen, frischer Dill und Gewürze. Zuerst reinigen wir den Wolfsbarsch, dann reiben wir ihn mit Olivenöl ein. Nach dem Einreiben befüllen wir den Fisch mit Zitronenscheiben und Dill. Danach würzen wir ihn nach Geschmack. Jetzt kommt der Fisch auf den Grill. Bei mittlerer Hitze garen wir ihn ungefähr 10 Minuten pro Seite. Achten Sie darauf, dass der Fisch nicht verbrennt. Wenn er fertig ist, sollte er innenweiß und saftig sein. Und voila! Genießen Sie Ihren perfekt gegrillten Wolfsbarsch. Guten Appetit!